Kaum geht es auf Weihnachten zu, schon droht ein Vorweihnachtssturm. Stina heißt das und der wird ganz ordentlich sein. Schauen wir uns gleich mal die Windkarten an. Hier sehen wir das Windfeld von Westen reinkommen im Laufe des Freitags. Zum einen an der Nordsee, zum anderen in den Mittelgebirgen und vor allem auch im Süden. Gucken wir zuerst auf den Norden. Da haben wir an der Nordseeküste den stärksten Wind, hier Sturmböen, aber auch im hessischen Bergland und in den östlichen Gebirgen vom Harz bis zum Erzgebirge wird es auf den Höhen Sturmböen geben. Dann schauen wir mal in den Süden. Da sind nämlich orkanartige Böen oder Orkanböen dabei. Das trifft vor allem die Vogesen, aber auch den Schwarzwald bis rüber ins Schweizer Jura und dehnt sich dann hier weiter Richtung Osten aus. Und dann haben wir auch vor allem am Samstag noch den starken Wind hier in Bayern. Das können durchaus auch mal in München Sturmböen sein. Und auf den Bergen, in den Alpen, Orkanböen, während es im Norden etwas weniger wird. Also sehr windige Zeiten und sehr nasse Zeiten. Wir schauen auf den Freitag. Da regnet es eigentlich den ganzen Tag über erst am Westen. Dann gegen Abend lässt das Ganze nach. Die Temperaturen sind aber super mild. 14 Grad im Westen, 4 Grad an der unteren Donau. Und auch am Samstag gibt es Schauerwetter. Wir sehen es hier, wie die Schauerstaffeln über Deutschland hinwegziehen. Und die Gesamtregenmenge, die liegt dann bis einschließlich Montag hier im Osten Bayerns an den Alpen und an den Westseiten der Mittelgebirge, vor allem dem Schwarzwald, bei über 100 Liter. Also das ist eine richtig nasse Zeit. Schauen wir noch schnell auf den Samstag. Bis 14 Grad, also mild und nass. Und der Sonntag mild und nass. Und der Sonntag mild und nass.